ich habe keine ahnung was hier gerade passiert was ist das hier so groß das verstehe ich nicht alles hat kann er vielleicht jetzt mal was machen das wäre mal schön ja da hängt man jetzt hier im menü ich dachte schon so hier muss schnell auf aufnahme drücken sonst nimmt es nicht alles auf das ist eine sandholz kerze aber macht ja mal gar nichts ernsthaft aha das hat sich verändert ich würde ja wurst zwischen den zähnen rausholen warte zeit he los allah ach 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 machst du warte oder was ja gut dann sehen wir anstatt ah was neues aber macht ja trotzdem nichts ich weiß ja etwa der will von mir ich weiß wirklich schnell ich versuche euch wird mir und wird mir immer peinlich hatte nichts passiert ich weiß nicht was schon waren soll eine unterhaltung damit ihr dran bleibt bitte bleibt dran leute bitte bitte bleibt dran warte war ich könnte euch verzeihen guck mal hier da habt ihr heute kastanien gesammelt und ich habe gelesen kastanien die ihr so findet das sind gar keine richtigen kastanien das sind das seifenholz gewächse oder sowas und das hier also die richtigen kastanien kann man essen aber die ich weiß nicht oh mein gott warte mal ich würde meinen gesicht weg machen ich weiß nicht wo war das hier ich weiß es nicht tut mir leid hat mein gesicht im weg nee wat wat ist das die die ist das etwa dota nee das lol das league of legends ach guck mal hey guck mal da ist meine freunde id jetzt könnt ihr mich adden adelekt empfehlungen neun aufgaben wat wat sollen wir denn sagen die erster führungsgericht wie oft sie eine partie verlassen haben bevor diese abgeschlossen war oder sicher verlassen werden konnte null mhm empfehlungen habe ich neun äh ja gameplay meldungen 86% aller spieler wurden wie sie nur selten gemeldet mhm meldungen von verbündeten wegen toxischem spielverhalten cheaten oder mmw missbrauch weiß ich nicht wer das ist hinten im hintergrund leckt entschuldigung mach ich gleich und kommunikationsbriefsbrauch null 85% der spieler werden genau wie sie nur selten gemeldet meldungen von verbündeten oder gegnern wegen missbrüche oder störender kommunikation galala geil ja meine grafik ist richtig gut windranger testen will ich jetzt nicht ich will was anderes hier ich will die grafik runterschrauben damit ich hier auch mal was kriegen kann so aha so warte mal ich muss jetzt hier erst mal gucken was habe ich 62 nachrichten oha ich habe hier lange nicht mehr gespielt huh hoffentlich sind hier keine id's irgendwie von mir zu sehen äh ich äh ich äh da ist in der einstellung da ich mach gleich erstmal äh äh ist hier irgendwas mit id ne war dazu eine tastenbelegung option auto 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 wo ist die grafik grafik 16 zu 9 ne das ist ein verschissenes bild dann ist das jetzt ach scheiße ich muss jetzt mal kurz was gucken ich mach mal hier das hier und wende das mal an wahrscheinlich war gerade sowieso alles für den Arsch warte mal ich guck mal in windows ach siehste ach guck mal hier guck mal hier guck mal hier übersprungene Frames erkannt 26% over last 2 minutes a few seconds ago oh toll sooo jetzt haben wir das auf die größere richtig zurecht gerückt wa aber wie ist es denn mit auf da haben wir jetzt hier gerade die ganze Zeit da hier links oben in der Ecke so ich mach jetzt hier den performance modus gerade bei äh probiers rein damit hier auch alles schön läuft das seht ihr zum glück nicht äh und jetzt wollen wir mal gucken hier der sound scheint auch ganz gut zu sein äh hotkeys äh echt nicht mal echt nicht am count geht euch nix an ähm naja ich wollte ja nicht nur ich wollte ja auch noch grafik äh blum 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 ich glaub das ich glaub das war immer wenn ich das gespielt hab war das ganz gut so was ist das da ist das spielen logo hier oder was ne ich weiß nicht da unten du das spielen aber ich will übungsspiel mit bots ich hab nämlich echt schon lange lange gespielt und zwar im Solo Standard bots den workshop durch so Standard bots team wählen radiant oder da ja ich weiß es echt nicht mehr bottschwierigkeit mach ich halt noch bottspiel starten aber warte mal ich wollte einen helden auswählen darf ich das noch ich will den helden auswählen lass mich bitte einen helden auswählen bitte bitte was hatte ich denn immer ich hatte immer so einen speziellen wenn mir spaß gemacht hat etwa der der gyrocopter scheiße was war das denn noch mal ich kenne mich nicht mehr aus der art worden net ich habe nur noch eine minute wir warten hat was habe ich genommen ich weiß es ich habe keine ahnung mehr ich hatte ein paar die man hier war ein paar gut aber ich weiß es nicht mehr intelligenz ist nichts für mich stärke doch die intelligenz war für mich ich nehme ab dem toys und heute und feinde defizieren sie in echt zeit gut und schlechte kann bei mit dem oder fluss verfügbar was gibt oder plus überneu zehn sekunden noch leute alles gerade nämlich ich will ich habe keine ahnung das staat items ich weiß ich weiß doch gar nichts mehr leute ich weiß doch wirklich gar nichts mehr was ne kacke was ne kacke empfohlene dann nehme ich dann halt die empfohlenen war kann ich gar nicht das ist da ja der wittstock der ruhe an bord Juan! Der Graf ist einfach nur wunderbar. Ich weiß nicht mehr, wie es geht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich lauf da rum, ey. Arc Lightning. Das mach ich. Ich glaub, der war ein Mittelbot. Eigentlich könnte ich die Grafik ein bisschen höher schrauben, wa? So von den Details. Kann ich das noch? Geht das? Im Spiel? Geht das? Sehr gut. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Kuh. Ich muss üben, Leute. Ich muss üben, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Da. Optionen. Grafik. Kann ich hochschauen oder was? Grundeinstellungen. Anti-Aliasing. Anwenden. Warte, wenn ich das jetzt mache. Geht das jetzt noch? 30 Sekunden zu battle. Das ist auch egal. Ist egal, Leute. Ich mach das für das nächste Mal, falls ich das noch spiele. Ich bin alleine in der Mitte. Das find ich immer ganz gut. Äh, ich weiß aber nicht mehr, was ich machen soll. Wirklich nicht. Das sind da einfachen Bots, aber... Oh mein Gott. Und irgendwo war da oben noch was zu holen. Ich weiß es doch alles nicht mehr. Oh Gott. Hier war drüber zu. Das war ein Aufregungsrückst. Äh. Entschuldigung. Das war ein Aufregungsrückst. Auf jeden Fall, der Zeus hat immer Spaß gemacht. Ich hatte doch bessere Grafik eingestellt als das. Das kann doch wohl nicht sein. Da kann doch wohl der Zinn. Ich muss warten. Jetzt. Nee. Ich weiß, dass ich immer im letzten Moment erst anschießen darf. Aber ich muss das halt noch üben. Ich nehme die Empfehlung hier. Was ist das überhaupt? Static Field. Zeug schockt alle von seinen Zauberen, gehofften gegnerischen Einheiten und verursacht proportionalen Schaden zu dem Lebensmittel. Okay, keine Ahnung. Bam, mal da, bam. Ah. Ach jo, der macht ja immer da auf die... Hier quer über die Gegner. Den Schaden. Kriegst du dann nämlich da hinten um? Oh, was? Ab den Arsch. Bye, bye, Whiskers. Bye, bye, Whiskers. Ich ziehe mich zurück, sagt Bot. Lucilla. Nee! Ich muss auf Mana aufpassen und ich muss dringend hier die Bots abschießen, wenn... Jetzt. Ja. Ich muss das lernen. Jetzt. Ja. Geil, la, la, geil. Nee, noch nicht. Jetzt. Nee, aber doch. Du wirst, du wirst nie spawnt. Hey. Du wirst, du wirst nie spawnt. Ich hab dich verdammt. Ich brauch Mana. Ich hab kein Mana, Leute. Ich hab das einfach nicht. Jetzt. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr seht ja gar nicht. Warte mal, ich versuch mal so ein bisschen zu spüren. Oh, da war. Das war nix. Das war nischt. Doch. Onward. Geh weg. Hilfe. Ich werde auch gegriffen. Ich weiß auch nicht, wann und was für Gegenstände ich holen soll. Das ist einfach... Tut mir leid. Tut mir echt leid. Die Speise. Die wirklich nett. Ich bolle auch zu sehr drauf. Ich muss im letzten Moment. Ne. Du Hauswarte, du Arschloch. Jetzt. Ne. Da kannst du früh. Okay, ich bin die Empfehlung. Ich brauch die Mana. Was ist das? Observer Ward. Okay. Ich brauch dringend Mana. Leute, ich brauch Mana. Wo krieg ich Mana her? In Position of Power. Wenn du Lucilla sich jetzt wieder abschlachten lässt. Rasch aus. Ne. Jetzt. Ne. Wie jetzt? Hä? Willst du mich verarschen? Ah. Ich werde verfolgt. Ja, Leute. Wacht. Das ist ja eigentlich immer nur dasselbe. Pam. Alter. Pam. Mal gucken, ob mir diese Mausfunktion. Und ich habe jetzt eine Tasse auf der Maus, die eine Doppel, ein Doppelklick simuliert. Ne. Wer ist Pablo Bot? Ist er bei uns? Ne. Doch, der Pablo Bot ist bei uns, bei mir und er hat der Hochbot, hat den Wilbur Bot umgebracht. Sag mal, wo willst du eigentlich hin? Wo willst du hin? Kannst du mir das mal sagen? Du Arschkopf. Sehr gut. Ha ha. Oh. Und irgendwo kann ich... Ich musste auch mal eine Freundliche Bots abschnachten, damit wir kein Geld kriegen. Da muss ich noch gucken, wie das geht. Aufwärts. 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 Warte, warte. Warte, warte. Wenn ich jetzt hier auf... Auf A... War das hier, oder was? Ja. Die sollen kein Geld dafür griechen. Ne. Sound Advice. Ich brauche mal bald einen neuen Gegenstand. Baller sie ab. Ich bin halt mies. Ich bin halt mies, Leute. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich mies bin. Ne. Alles egal. Wo komme ich denn noch schnell nach wo? Town Portal Scroll. Da hast du nur drei von. Ich laufe mal nach Hause. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Ihr denkt euch. Alter, kann der denn gar nichts? Kann der denn wirklich gar nichts? Und ja. Habt ihr recht. Ich kann gar nichts. Voll ist viel zu lahm Arsch. Wo ist er denn? Der lässt sich von den Minions aufhalten da. Ah ne. Die heißen ja nur bei LOL Minions. Hier heißen die... Weiß ich nicht. So. Wo ist noch mal der Shop? Ähm. Geheimladen. Ausrüstung. Upgrades. Starting Items. Oha. Ja, warte. Iron Branch. Ach. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Scheißen Dreck. Ja, halt doch mal da mal. Null Talisman. Hol ich mir. Oder? Hol dich mitat. Ja. Unterschüchen. Halt doch mal dein Maul. Ich komm ja. Äh. Geschwindigkeitsfusion hab ich jetzt. Pfff. Your middle tower is under attack. Ja. Und ich hab noch gar nichts gemacht. Alter. Okay. Wir sind gut. Geil. Geil. Wir gewinnen. Wir Bots gewinnen. Auf doch mal. Flodder. Flodder. Ah. Ne. Leck mich doch mal. Fett am Arsch. Was ist das hier nochmal? Lightning Bolt. Lässt ein Bitz vom Himmel fahren, der eine gegnerisch einer trifft, ihr Schaden zu zu kurz beträumt. Ah. Yes. Own it. Own it. I ordained. Vertong is missing. To battle. To battle. Our middle tower is under attack. Sound advice. Ich hab gar nichts gesagt. Oh, hier, das Ultima. Das Ultima. Ja, da sagt er. Was, was ich eigentlich sagen müsste, sagt er jetzt automatisch. Mittel is missing. Vertong is missing. Heaven help you. Ich muss genau drauf achten. Ne. Oh, ye of little fame. Your prayer. Ne. Das ist spannend, Leute. Das ist spannend. Ne. Ja. Du klaust mir Erfahrung, Arsch. Ne. Da hab ich mir auch noch geholfen, Alter. Divine Invasion. Ach, hier, das Pferdchen. Ich muss ja gar nicht nach Hause. Bring ein Pferdchen. Das Pferdchen bringt mir das ja alles. Ich weiß doch alles. Ich weiß doch alles. Ich kriege nicht mehr, Leute. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen muss. Du musst ja nicht hin, Alter. Du musst ja wirklich nicht hin. Obwohl, du kannst eigentlich doch hin. Dann können wir ja nicht in der Mitte mit dem Splatt machen, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Kuriergegenstände liefern. Kleine Gegenstände liefern. Ich, äh... Wo komm ich denn in den Shop? Ich würd gern in den Shop. Ach Gott, ach Gott, ey. Ich weiß nicht, wie ich in den Shop komme. To battle. To battle. Yes. Nee. Ja. Utterly denied. War das das Erste, was ich erst denied hab? Ja. Top ist missing. Alle haben missing. Leute, ich glaube, das ist nix für Let's Play, oder? Das ist hier nämlich einfach nur geklickt und ich bin so blöd, irgendwas zu machen. Wo ist der Shop? Blüfe der Verstärkung. Irgendwo ist der Shop. Real. Ach man, äh... Da! Da kann ich in den Shop. Was mach ich denn jetzt? Core-Item-Gang. Dada ist glaub ich gut, ja. Nicht genügend Gold, aber das kann ich mir zusammenbauen. Dann baue ich nämlich, äh... Das. Und das. Und mehr Abschnitt. Und jetzt liefert mir. Ich glaub, das schickt mir jetzt, oder? Oh, hier ist schon der größere Dinger. Kommt das Ding jetzt zu mir? Ja, da fliegt es. Gleich machen wir hier mal den Mittelturm, wa? Ja... 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 Ja, geil, Alter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht geside-steppt werde. Mann, wo? Your prayer, answer. Your prayer, answer. So, dat wollte ich mit Stump bauen. Ich kann auch nicht weiterbauen, wa? Ich glaub, ich komm so langsam wieder rein. Onward. Den hol ich mir gleich, Leute. Den hol ich mir jetzt gleich. Ich hab'n Kill, ich hab'n Bot-Kill gemacht, Alter. Ja... Ah, warte, 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 warte. Dati wird mir empfohlen, okay. Ich nehm' einfach die Empfehlung. Bip, 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 bie, 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 bie ich hab da da ich hab akte versteht so lässt sich jetzt lieber lässt sich mir ich hab doch geforsen Hilfe, Hilfe Ich schwere da, Grymple Achso, der ist Das war ja wohl ein Witz Nee Ich brauche der Mann Ich brauche der Mann Das Türmchen ist bald hinüber, wa? Was? Nee Nee Ja, ja, das stimmt Oh, er ist da Lass mich, wir halten mich auf Die Schweinchen Was ist das? Hinein! Scheiße Schieß! Schieß! Alter, das ist doch nicht wahr Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt hier die Runde dauert Mit Runden längere, wa? Aber ich glaube, ich komme langsam wieder rein Jetzt muss ich natürlich noch die ganzen Mega geilen Moves hinkriegen Royal Jelly Ich ziehe mich zurück Kann ich mir noch kaufen? Das brauche ich dafür Das muss ich mir auch zusammenklamüsern, oder wat? Ich weiß es nicht Oh, Stefan, du bist so blöd Du kannst ja gar nichts, ey Ich habe aber ein Kill Oh, nö Ich würde gerne mal töten Soll ich mal töten gehen? Soll ich mal versuchen? Soll ich mal? Soll ich mal versuchen? Aber die sind alle, glaube ich, tot Ne, einer ist nur tot Und einer von uns Ich glaube, ich gehe mal auf eine Lane Und helfe danach Mal gucken, ob ich jetzt Ah! Arschloch! Sound advice Oh mein Gott Ist die Map cool Gröser geworden Die kommen mir so groß vor Wurde die halt vergrösert, oder wat? Bleib doch einfach mal stehen, Alter Bleib doch einfach mal stehen Ne, lass mich nur Lass mich nur Lass mich nur Lass mich in Ruhe Ich bin Zeus Ihr dürft mich schnell anfassen Ach ja, hier gab doch auch immer so Sachen Zum sammeln Und tauschen Wo war das denn nochmal? Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen Ah Der macht gar nichts Wo war denn die Brunnenkacke und so weiter? Die Map ist echt größer geworden Hör mal, lass den Türmchen hin Und darfst da Türmchen hinziehen Stimm ich mal auslasten Ich mach jetzt hier den Turm kaputt Der muss zerstört werden Was ist das denn hier eigentlich? Äh, Thunders Boah Ich weiß nicht Das ist immer die ganze Map November Heaven help me Aufwärts 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 ja leute war so richtig kommen wir nicht vorwärts ich bin mir unschlüssig ich bin mir wirklich unschlüssig habe ich hier was ich vervollständigen kann ich brauche mehr kohle geht natürlich your prayer answer is a position of power hier ist verdächtig ruhig ich weiß ich habe den shop noch offen ich muss ja gucken wegen geld kostet schiss hier ja das ist langweilig ich weiß für euch ist es langweilig you wish you would have a sport you wish you would have a sport ist der blut raus geiler das ist ja kein wunder ich will den dahinten töten die enemies bottom tower geiler hinterher oder inna inna her innen ran ich will hier gegen ständchen hilfe die schwere lage krüfe satten scheiß hier macht doch mal den shop zu alter hilfe jetzt reicht es reicht es reicht scheiße das war doch eben noch Oh, das war doch gerade Geld. Das war gerade Geld. Geheimladen. Ach jo, der ist ja da. Da ist ja der Geheimladen. Stimmt ja, da war ja noch was. Alles klar. So, da habe ich noch mehr hier. Geheimladen, stimmt, da steht es. Äh, situational, da fehlt mir noch Geld. Okay. Leute, wir müssen, wir müssen. The enemy's bottom tower has fallen. I repeat, the enemy's... Das war ja auch noch. Even I like the good... To battle, oder what? Da hinten brauchen sie unsere Hilfe. Ich muss da hin. Ich will töten. Ich will töten, Leute. Ich will töten. Schiss. Äh! Ah, was zum Zammeln und zum Schokolade essen. Wenn wir das im Bot spielen, müssen wir jetzt mal weiterkommen. Ein bisschen schneller. Ich will immer rollen. Attacke. Meiner. Ne. Aber das ist meiner. Ja, ne. Onward. Meins. Leute, meins. Ne. Ja, dann macht man hier den Tum. Äh! Was willst du denn hier, hä? Äh! Mann! Ich mach hier, äh... Was sind denn da eigentlich für Dinger? Ich weiß nicht. Äh! Ja, weiter! Leute, weiter! Die haben keine Chance. Mann! Puh! Holla! Ja, ma... Oh! Äh... Hat nicht mehr Entschuldigung und hat... Hör mal! Alter, ist doch wohl nicht wahr, hey. Lass mich. Wo bin ich? Ne. Unser Bottom Tower ist under attack. Ich werde geheilt. Oh, ich kann die Gegenstände kaum liefern lassen. Der, der war glaube ich gut, oder? Ja. Bring mir mal. Ich will Kills machen, Alter. Ich will Kills machen. Onwards. Ah, ne. Ne. Ich muss sie weg. Ich werde verfolgt. Ah, ah. Wenn ich jetzt mein Ultima habe, habe ich noch gar nicht. Ja, Mann. Ich bin stumpf geschaltet. Ne. Ich sterbe. Oh mein Gott. Hilf mir. Oh mein Gott. Jetzt bin ich stumpf. Erstmal im Bordspiel bin ich. Ist mein Name der Notalität? Auweia. Auweia. Kann ich statt kaufen? Ne, kann ich nicht. Double damage. Double damage. Da kriegst du mal so richtig ein Double damage. Sponsored by Rivalry. Okay. Ich glaube, die könnte ich auch mal nehmen, oder? Ah, ne. Da muss ich für ein Geheimladen. Ja. Bin ich jetzt mal wieder am Leben, oder was? Ach so. Noch 10 Sekunden. Da könnte ich ja auch ausrasten. Ich komme, wartet auf mich. So. Da bin ich. Ich muss gleich auch noch mal einen Geheimladen, und jetzt räche ich mich. Zeus hat richtig Bock. Zeus hat Bock. Richtig auf die Fresse zu gehen. Ich hasse Kills, die da. Scheißen, Dreck. Da war ich zu voreilig. Geil, Alter. Ein Kill. Ja, ein Double Kill. Haha. Ich geh nochmal in den Geheimladen, oder? Opposition of Power. Was ist der Geheimladen? Hier. Ich helfe gleich damit. Ich wollte ein paar Items. Aber noch eins, und dann ist gut. Und zwar... Und zwar... Äh... Was hatte ich noch? Da da war. Ach, was läuft. Oh, nicht. Very good. Nehmt mir nicht alle hier die Kills weg, ihr Arschfressen. Pringet mir, Alter. Pringet mir. Stimmt ja, da muss ich auch noch bringen lassen. Ist eh gleich vorbei. Why? The enemy's bottom barracks, has fallen. The enemy's bottom barracks, has fallen. Shit. Wicked sick. Jetzt kommen sie nicht mehr wieder. Jetzt haben wir gewonnen. Ne! Gleich hammert, Leute. Gleich hammert. Ist das Pferd schon wieder zurück? Ich will noch Kills machen, Alter. Your prayer, answer. Your prayer, answer. Ja, ist jetzt mal vorbei, da. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine Stunde auch genommen. Hier, schau. Äh! Schau, jetzt fett ich hier. Obwohl ich halt noch einen Kill hier nicht hätte. Das soll ich. Noch kill. Geil, Alter, geil. Warte, ne Runde. Es war episch und es war einfach nur geil. Aber ich habe trotzdem Runden. Weiter. Weiter. Ich habe keinen Zeit. Ich habe keinen Zeit, Leute. Ich habe keinen Zeit. Ich wollte das gleich auch noch schneiden und hochladen. diese Ladezeiten immer. Ach Gott, ey. Wo bin ich denn? Ach, Kills habe ich. Aber nicht die meisten. Ja, die dritte meisten eigentlich. Ja, nur. Ah ja, was soll das? Ja, boah, das war der erste... Dortmund. Le Schrag. Gibt es den Channel gar nicht mehr? Kanäle. Du ist, Bursch. Ich bin doch hier in Bochum. Das geht aber nicht. Ich kann also nur Dortmund nehmen. Bochum. Und Siegen. Hä? Äh, Hagen. Mount Hagen. Dortmund gibt es. Oder Essen. Ja. Ja, was ist Dortmund? Zwei Kilometer. Beidrehen. Ey, wenn Le Schrag am Le Schracken ist, dann ist Le Schracken das neue Fahrradfahren. Oder wie seht ihr das? Egal. So, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, Dora. Ich weiß nicht, wann das kommt. Das kommt auf jeden Fall unregelmäßig. Das mache ich nicht regelmäßig. Und wann das erste Online-Spiel kommt, weiß ich auch noch nicht. Ich werde auf jeden Fall, ich muss üben, 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 üben. Und bis dahin, äh, ja, mal gucken, wa? Tschüss.